Das Fluchglas Nachstreben darf? Nein! Na dann, danke. Diese Broschüre könnte ihr Leben retten. Es geht um unseren Vater, da müssen wir zusammenhalten. Ich hab gar nicht in Frage. Was ist hier passiert? Das hier. Was hast du? Das hast du zugelassen? Nein, ich hab nur unschuldig Videospiele mit dem jüngeren Kind gespielt und... Tucker! Tucker, tolles Kind. Du hast die Wahl, egal welche du willst, solange sie einzigartig und fabelhaft ist, genau wie du. Deine Jungs werden das für den Rest ihres Lebens niemals vergessen. Diese Zeit wird sie als Männer prägen. Wir haben beide unser Leben lang gehofft, etwas Großes zu werden. Und jetzt sind wir endlich dazu aufgerufen, etwas zu tun, was von uns echte Tapferkeit erfordert. Willkommen bei Essen machen. Also Kinder, worum es geht ist, was für'n Sound er macht, wenn man aus dem Stand Gummi gibt. Dir wird niemand aus dem Stand Gummi geben? Natürlich nicht. Dankeschön. Ich hab Angst. Das weiß ich, spring rein. Ich werd auf dich aufkommen. Als wir klein waren, tatten mein Bruder Noah und ich immer so, als seien wir Helden. Wir waren die einzigen, die die Welt retten konnten. Doch vielleicht sind wir einfach nur normale Menschen, diejenigen, die gerettet werden. Das weiß ich, im Moment. Wir brauchen luôn Alrighty. Wir brauchen all das Gesetze. Ihnen 저희 Küche.